Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und wir sind wieder mal hier auf unserer schönen Alpen-Map Neu-Mini-Brunn. Ihr seht es, ich habe hier an dem Valtra den Ladewagen anhängen und wir fahren jetzt noch mal zu unserem neuen Feld, denn wir haben ja einige Felder gekauft in der letzten Folge. Hier steigen wir mal kurz aus, weil das hier haben wir zum Beispiel erworben. Das gehört jetzt uns. Da ist Gerste drauf und ja gut erwarteter Ertrag ist jetzt nicht so berauschend, aber besser als gar nichts. Die Gerste können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So und dann haben wir ja noch ein zweites Feld gekauft. Da fahren wir jetzt hin und da war eine Wiese oder da ist eine Wiese drauf. Die haben wir gemäht, haben Heu gemacht und jetzt werden wir hier die letzte Fuhre einfahren in unser Fermenter Silo. Ja, das also dazu, was wir in der letzten Folge gemacht haben und der Plan sieht jetzt so aus. Ich glaube, so viel gibt es jetzt gar nicht mehr hier im April zu tun, sondern da werden wir dann uns jetzt langsam in den nächsten Monat bewegen und auch da bin ich der Meinung, wird es gar nicht so viel zu tun geben und außer unsere Tiere natürlich schön, schön, schön füttern, füttern, füttern. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachsehen, wie es da aussieht bei den Kühen und bei den Hühnern und ich denke, wir werden relativ zügig jetzt schon in die nächsten Monate gehen und an die Ernte uns heranwagen. So, also hier diese Wiese haben wir gekauft. Die war auch sehr, sehr schön ertragreich, muss man einfach so sagen. Also da waren jetzt fünf Fuhren auf jeden Fall drin. So, Ladewagen ist an und das hat uns jetzt ordentlich noch Heu gebracht und damit kommen wir auf jeden Fall gut über den Winter. Da bin ich mir relativ sicher, da können wir bestimmt auch noch den einen oder anderen Jahrliter auch verkaufen. Ja, apropos Winter. Ich möchte auf dieser Map auf jeden Fall, das ist so meine Idee, ob es schon diesen Winter klappt. Ich weiß es noch nicht, aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Hups, in die, so hochfahren, so in die Forstwirtschaft einsteigen. Wir haben hier mal in einer der letzten Folgen, wo wir im Winter mal eine kleine Rundtour hier auf dieser Map, auf dieser wunderschönen Neu-Mini-Brunn gemacht haben. Da haben wir ja festgestellt, dass es eins, zwei, drei gute Positionen gibt mit einem Waldstück und vielleicht sogar, dass wir da noch ein Grundstück hinzukaufen, wo wir dann eventuell auch noch Gebäude oder Produktionen platzieren können. Wäre also auch eine Option und ich hätte hier richtig Lust hier auf dieser Map klassisch so im Sommer, im Frühling und so weiter die Feldarbeit durchzuführen und im Winter, im Herbst, im Winter da dann so auf Forstwirtschaft umzuschwenken. So, von links kommt wieder nichts, dann können wir hier einscheren. Müssen wir natürlich am Anfang erstmal sehen, ob wir das Ganze, ja, antesten durch Miete und ich glaube, da wird uns das Geld auch nicht reichen, dass wir da wirklich die erste Saison gleich richtig einsteigen können mit teuren Maschinen. Aber auf der anderen Seite will ich es mir auch nicht, ja, ich sag mal, zu schwer machen am Anfang, sondern schon mit Vollenderertern arbeiten, die wir uns dann anmieten. Denn wenn wir ein bisschen auf unseren Kontostand schauen, haben wir zwar ordentlich Geld hier im Portemonnaie mit 288.000, aber ich möchte hier auf jeden Fall noch einen Ersatz für diesen Valtra hier und dann vielleicht eben noch einen Teleskoplader hier für den Hof. Aber da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das hier entwickelt, wie sich die Ernten entwickeln und vielleicht kaufen wir ja noch ein oder zwei Felder, müssen wir mal sehen. So, der ist jetzt leer. Ja, dann schauen wir mal, was wir im Fermentersilo haben. Also 82.000 Liter Heu, das ist ordentlich, 70.000 ungefähr, glaube ich. Roundabout haben wir hier von dem Feld geholt. Dann haben wir noch ein bisschen Stroh, das reicht uns auf jeden Fall bis zur Ernte. Gerste und Weizen haben wir ja, glaube ich, angesät. Da kriegen wir jede Menge Stroh und Silage ist sowieso jede Menge da. Das reicht für unsere Tierchen. Wir bringen den Ladewagen jetzt erst mal unters Dach. Aber wir könnten natürlich auch erst mal dieses Fahrzeug, weil wir haben ja irgendwo, meines Wissens, haben wir uns doch einen Kärcher gegönnt, schon in einer der letzten Folgen. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. So, hier steht er doch. Und dann werden wir hier mal ein bisschen Maschinenpflege machen. Zack. Und los geht's. Da oben sind wieder die Heißluftballons unterwegs. So, der gute Pöttinger. Klein, aber fein, aber ideal, finde ich, hier für diese Map. Hat sich gut gemacht. Gar keine Frage. Und wir kommen auch eben mit wenig PS hier gut zu Rande. So, das Wetter ist hervorragend. Auf den Bergen hat's noch den Schnee. Sehr schön. Das soll's gewesen sein. Wir steigen wieder ein. Und ja, in die Werkstatt müssen wir nicht. Und Diesel ist auch noch genügend drin. Aber wenn wir das Maschinentje ja, wie gesagt, abstoßen wollen, dann werden wir da jetzt auch nicht mehr allzu viel tun. So, und jetzt fahren wir rückwärts ins Nest. Zack. Gut. Mal kurz den Motor aus. Wir schauen mal, wie es unseren Tierchen geht. So, 30 Kühe haben wir und die Gesundheit. Lasst uns mal hier reinschauen. So. Wir haben 30 Kühe. Holsten und Holstein und Brown Swiss. Reproduktion. Da werden sich auch schon die ersten bald reproduzieren. sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und Mischration haben wir auch. Und bei den, ja, da ist auch alles im grünen Bereich. Wunderbar. Also, das wäre dieses. Dann schauen wir mal. Ach ja, natürlich. Das ist mir noch eingefallen. Wir sollten natürlich auch mal gucken. So, da müssen wir hin. Und da nämlich bezüglich der Bodeninformationen. Wir haben ja hier noch gar keine Bodeninformationen für das Feld Nummer 8, das wir gekauft haben. Und für das Feld Nummer Nummer 2. Und die sollten wir uns natürlich schon erwerben. Ich werde mir jetzt aber hier keine, ja, wie heißt das Gerätchen zum Testen und Bodenproben zu entnehmen, sondern wir werden uns das ein bisschen leichter machen. Wir werden die Bodeninformationen kaufen. Da schauen wir mal. 1400. Ja, das ist okay. Und bei dem Feld Bodeninformationen 4300. Auch das ist okay. Ja, da tun wir uns dann ein bisschen leichter. Okay. Jo. So, wie sieht es denn aus mit Blödsinn. So, hier müssen wir natürlich her. Okay. Was haben wir da? 5,5. 5,76. Ja, okay. Ich glaube, da müssen wir noch nicht kalken. Also, jetzt rede ich hier von der, von der Wiese. Darum geht es mir eigentlich. Wobei, ja, schauen wir mal. Also, ich denke noch nicht. Und Stickstoff, ja gut, Stickstoff verträgt das Teil. Da könnte man dann ja vielleicht, ja, Stickstoff ist gar nicht drauf. Ich überlege gerade, wie sieht es denn bei uns mit der Gülle aus. Gülle, Gülle, Gülle. 15953. Okay. Dann würde ich doch sagen, fahren wir auf jeden Fall mal kurz mit dem Gülle-Anhänger drüber. Dazu nehmen wir den Waltra. So. Weil den haben wir nämlich hier. Und dann bringen wir einfach mal ein bisschen Gülle aus. Wenn es weg ist, ist es weg. Und dann haben wir auch die Wiese schon mal ein bisschen angedüngt. Und dann fahren wir auch die Wiese. Und dann fahren wir nochmal aufs Feld. Und bringen nochmal ein bisschen Gülle aus. Ja, 16 Uhr. Und dann springen wir mal in den nächsten Monat. Ich glaube aber nicht. Lass mich mal kurz gucken. So, nächsten Monat. Ne, da sind wir noch nicht bei der Ernte. Ja. Da sind wir noch nicht bei der Ernte. Aber wir können dann schon mal schauen. Oh, er tut sich aber schwer hier. Aber wir können dann schon mal schauen, ob wir vielleicht das nächste Grasfeld, unser erstes, ursprüngliches, dann eventuell hier mähen können. So. Ja, ja. Der Kollege hier muss ganz schön kämpfen. Hier mit 8200 Litern. Ja, der hat auch den Frontlader. Deswegen war das eigentlich ein ganz guter Hoftrecker. Aber wie gesagt, mit dem Getriebe bin ich nicht ganz so glücklich, weil er ja doch ein bisschen immer zuckelt, ruckelt und macht. Und da wären wir doch irgendwie ein Teleskoplader generell auch ein bisschen lieber. Ja. Wenn wir Glück haben, schauen wir einfach mal in den Gebrauchtmarkt und im nächsten Monat. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Glück haben. Weil jetzt im Moment hat es, glaube ich, da war nichts dabei, was in irgendeiner Form interessant wäre. Gut. Wir gehen mit Schwung da hoch. So, geht die Drehzahl gleich ganz wild runter. So. Ja, wie gesagt, das ist immer so eine Sache mit den Feldern hier am Hang. So. Dann werden wir hier mal grob austeilen. Ja, man sieht es ganz gerade so, wo er hier wirklich auch das Zeug hinwirft. Aber wir haben hier unten auch unsere kleine Minimap. Die hilft uns auch. Dann lassen wir hier mal kurz den Helfer arbeiten. Und dann schauen wir uns mal an, wie jetzt hier der Wert ist. Ups. Ja, pH-Wert ist 6000. Und Stickstoff ist ein bisschen überdüngt. 70, 55 bräuchte er. Aber das ist okay. Dafür haben wir nämlich hier gar nichts. Das passt schon. Und Stickstoff ist zwar schlecht. Äh, pH-Wert ist zwar schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch hier kalken. Oder ob wir dann doch nochmal eine Ernte so fahren. Und dann das nächste Mal kalken. Jo. Aber wie gesagt, das Feld war schön ertragreich. So, dann werden wir hier wieder aufspringen. Zack. Ja, 40%. Dann können wir noch eine Bahn fahren. Und dann soll es auch gut sein. Ja, dann haben wir das Feld auf jeden Fall mal ein bisschen angedüngt. Und können dann nächsten Monat, beziehungsweise übernächsten Monat auch schon wieder einen ordentlichen Ertrag hoffentlich einfahren. So, es ist leer. Aber wir müssen auch sowieso noch ein bisschen Gülle sparen. Denn wir werden auch unser Gerstenfeld dann eben versuchen, möglichst mit der Gülle zu düngen. Und dann halt den Rest natürlich mit der Spritze. Wir haben eine Spritze. Ja, wir haben eine Spritze. Und genau. Da sehen wir dann weiter. So, aber den bringen wir jetzt wieder nach Hause. Und dann werden wir mal schauen, was uns der Mai bringt. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Einen Trecker. Einen Schlepper, den wir wirklich gebrauchen können. So. Müssen wir hier eigentlich auch? Nö, müssen wir nicht. Ja, es ist schon in Ordnung so. Ein sauberes Fass wäre ja fast... Naja. So sieht man wesens, dass es gebraucht wurde. Okay. Und... Na, zuppel, zuppel, zuppel. Der ist drunter. Wir stellen ab. Okay, und dann gehen wir mal zur Hütte. Läuft der Motor noch? Nein, Motor läuft nicht mehr. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, da steht hier die Sache noch. Und dafür wäre, wie gesagt, Teleskop-Lader gar nicht mal so verkehrt. Ja, gut. Lass mich kurz überlegen. Lass mich nochmal kurz überlegen. Wir schauen nochmal hier rein kurz. Kühntieren geht's gut. Es gibt keine Aufträge. Die Produktionen... Da haben wir genügend Wasser im Gewächshaus. Und hier brauchen wir eigentlich nichts laufen lassen. Wozu auch... Nee, brauchen wir nichts. Das soll es erstmal für diesen Monat gewesen sein. Wir schauen nochmal an den Gebrauchtwagen. Waren. Ach du Schande. Da haben wir ja einen Waltra. N4. N-Serie 4. 201 PS. Active. N-Serie 4. Was haben wir denn... Was haben wir denn bei uns im Fuhrpark? Aha. Hm. Hm. Der hat eben eine Lastschaltung. Und der hat auf jeden Fall die Schaltung, die ich gerne hätte. Nehme ich eine ganz normale Active. Boah. Hätte ich ja beinahe verpasst. Der kam aber jetzt echt kurz vor Feierabend rein. 49.000. Was würden wir denn für den hier noch wieder... 78.000. Soll das heißen? Wir machen da sogar noch ein Plusgeschäft. Puh. Ja gut. Der hat jetzt halt nur 145. Wenn wir den natürlich mit... Was haben wir da? 165. 201. Dann kommen nochmal 8.2 dazu. 59. Aber dann hätten wir ja immer noch ein Plusgeschäft mit 200 PS. Ich glaube 200 PS könnten wir uns da schon gönnen. Was bietet der denn sonst noch so tolles? Normales Fahren? Ach, Rückfahreinrichtung. Okay. Okay. Ja gut. GPS. Okay. Animationen. Ah ja, okay. Alles klar. Logisch. Das ist dann glaube ich eher für Frontlader Anbau. Ach, du Schande. Jetzt muss ich wieder gerade überlegen. Was haben wir? Ja, ich glaube wir haben Hauer. Frontlader. Wir haben Hauer. Das müsste ja eventuell passen. Freunde, das machen wir. Das gefällt mir. Wir werden uns den hier gönnen. Und zwar gleich hier mit 200 PS. Damit wir hier nicht mehr so rumgurken. So. Äh. Reifenvariante. Äh. Okay. Okay. Trelleburg. Michelin. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir nicht die Möglichkeit irgendwie hier auf, äh, Gewichte, Breitreifen und so weiter. Aha. Puh. Tja. Machen wir halt einfach. So, rundum können leuchten, brauchen wir eigentlich nicht. Normales Fahren reicht uns auch. Wir könnten aber den Frontlader Hauer. So, den Rest lassen wir. Und, äh. So. Da müssten wir eigentlich mal ändern. Quatsch. Ähm. Ändern. So, Typ. Ich glaube, 4 ist das. Dann wieder, wie immer. Äh. Hier. FR. So. Machen wir. 1.1. Das ist okay. Und das Maschinentiel würde ich kaufen. 67.000. Wieso jetzt nur 67? Ne, doch 67. Vorhin war es wenig. Gut. Ne, also das kaufen wir uns hier zu Ende der Folge. Das finde ich jetzt richtig gut. Zack. Wollen wir dieses Gerät kaufen? Ja. Und steht jetzt bereit. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den anderen noch gebrauchen können. Na, wo ist er denn? Ups. Zack, zack, zack. So. Ja, klar. Der ist jetzt bei 32. Den müssen wir noch ein bisschen pimpen. Klar, den müssen wir noch in die Wartung schicken. Aber das Maschinentiel holen wir uns jetzt. Und natürlich auch noch ein Gewicht. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Den anderen überlege ich mir noch, ob wir den abstoßen oder nicht. Oder ob wir den doch erstmal behalten. Nehmen wir hier einen 1600er. Farbe. Was haben wir jetzt? Waltra wieder, ne? Aber das war, glaube ich, irgendwie so ein Blau. Ja, nimm mal. Äh. 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 Uh. Also, ich weiß nicht. Ne, lassen wir. Gut. Also, kaufen. Sehr schön. Und wo steht er? Wesens gleich auf das Gas. Sehr schön. Das gefällt mir. So, den bringen wir jetzt nach Hause. Überlegen. Wir könnten den doch eigentlich erstmal in die Werkstatt bringen. Obwohl, so wild ist es gar nicht. Doch wir reparieren ihn erstmal. So, da haben wir nämlich schon wieder den ersten Teil unseres Planes erfüllt, nämlich einen neuen Schlepper hier zu kaufen. So, hier sind wir doch richtig. Der Waltra soll repariert werden für 1113. Tatsächlich. Leute, Leute. Da haben wir richtig einen Schnapper gemacht. Bin ich jedenfalls der Meinung. Also, da haben wir einen richtig schönen Trecker. Mit dem Waltra. Und, äh. Den bringen wir jetzt schön zum Hof. Wie gesagt, hat mich gefreut, dass wir dann nochmal kurz reingeschaut haben. Das hätten wir doch beinahe verpennt. Weil mit dem können wir auf jeden Fall gut arbeiten mit 200 PS. Das ist eine gute Basis. So, kommt da was? Nein. Ich mag das, dieses Motorengeräusch, dieses hochjaulende. So, wir fahren links rum. So, da kommt auch nichts. Und dann bringen wir den hier jetzt schön hier zu unserem Hof mit FRSC11. Und ich darf mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Mit ein bisschen Freude, dass wir hier diesen Schlepper noch gekriegt haben. Ich sag Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich sag Dankeschön für eure Kommentare, für euer Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Und natürlich recht herzlich willkommen alle, die den Kanal jetzt zukünftig hier verfolgen möchten und ein Abo dagelassen haben. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.